Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ATS. Heute haben wir vor mit einem alten Kennwort von Hobs New Mexiko nach Texas. Alba Abilena. Und zwar Kennwort LKWs zu fahren. Streckenlänge beträgt 197 Minuten. Wir sollten 3 Stunden 33 Minuten geschafft sein. Und gleiche Warte mehr. Wie ihr seht ist nämlich Texas rausgekommen. Gestern, also Dienstag und heute ist Mittwoch und morgen ist Donnerstag wo das Video rauskommt. Also vorgestern, heute quasi. Am Donnerstag. So, ausschörende. Dazu habe ich mein LKW jetzt ein bisschen umgebaut. Also umlackiert, nicht umgebaut, umlackiert. Nehme ich mal komplett schwarz. Ja, wie sagt, den, den, wie ist der, wie ist der, wie ist der, der Nummer, ach, E100, ne, K100, ne, K100, ich kenne was, genau. Fortfahren war es, glaube ich. Und der schöne Alte. Hier, Texas rausgekommen, da will ich heute gleich erstmal eine Runde durch Texas drehen. So. Wie gesagt, ich bin über Schnellreisen nach Hoop. Hallo Uschi, schön, dass du mit an Bord bist. Ach, da hinten steht meine Faktion. Das ist auch toll. Aber jetzt wollt ihr erstmal nochmal schnell gucken, ob ich, ob ich hier irgendwie hier Schaden haben will oder so. Also, 4 Prozent, ja. Sagen wir mal schnell noch an der Werke fahren. Und, naja. Das reparieren. Fertig zum Losfahren. Ja, eigentlich war ich zum Losfahren. Erstmal zum Reparieren. So, reparieren. Schnell. Okay. So, schön schwarz. Und von innen der Ausstellung ist rot. So. So, ach, hallo Uschi. Schön, dass du mit an Bord bist. Mein alter. Ja, ne, gut. Den habt ihr ja in den letzten Videos auch schon gesehen. So, jetzt kann ich jetzt gleich noch etwas ranfahren. So. Super, so. 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 Super, so. Super. Sure. So. And now. und die erste runde in texas okay also das ist auch für mich jetzt eine premiere weil ich bin noch nicht in texas gewesen so 7 auf 5 haben wir es aber schön und ja warum wir uns heute noch nicht befassen damit wie man langfahren ist also bei bärmähn und alles grau hier oben achso können wir jetzt vielleicht gleich mal hier ein bild machen im Sinne von links gut ich stehe jetzt nicht gerade gut so nur mal so ein bild so denke ich mal ein bisschen tiefer vielleicht so gut alles grau ne noch nicht alles grau oder habe ich habe ich schon noch auch alles grau ich habe schon auf le gedrückt ich habe gerade vergessen ob ich auf der aufnahmen gedrückt habe aber ne habe ich schon gut mit meinen linkern natürlich eingedreht muss ich hier mal so ein bisschen durchschwingen durch die brille nach links ab da kommt nichts ach der wird zuvor dankeschön So, dann bauen wir mal KenBuds, den alten KenBuds der LKW, den neuen KenBuds ausliefern. Ich muss mich normal ein bisschen zentrieren. So, dann ein bisschen, nee, so weit so. Ach, grün. Und die Bahnschienen, auch gerade runter. Schranken. Bahnschienen, Schranken. Wollen wir da eigentlich hier halten, wisst ihr doch nicht. Ach, fallen wir mal vor. Das ist doch kommt eh schon. Gut. So. Ja. Wollen wir mal langsam Blankauf ruhig halten. Immer geradeaus. Ach so. Hier und hier. Jetzt kommt man nämlich schon aufs Grau raus. Aufs Hub raus und direkt aufs Grau. Na, wie oben sieht man's. Manual Blankauf ruhig runter. Okay. 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 Okay, okay. Es gibt wieder irgendein Event oder so, ist ja klar, bei neuen DLC, aber ich habe mich noch nicht richtig beschäftigt. Ich fahre jetzt erstmal und dann ist es bestimmt wieder so, dass jede Stadt einfach muss oder so. Und in dem Falle, man sagt mal so durch die... Stopp. Oh, scheiße. Na, in diesem Vorfall. Warum? Ja, ja. Warum? Da drüben ist... Oh, kalt. Mein gut, dass ich dann mal gefahren bin. Aber da hat auch gerade ein PKW... Ist doch schnell noch durchgerutscht. Das ist für mich, danke. Was? War ich jetzt zu schnell? Nö. Ach, ich habe aber viel Licht an, glaube ich. Oh, scheiße. Und was mache ich? Ein bisschen spinksen. Licht. Eins, zwei. So, jetzt habe ich Licht an. Ich fahre hier in eine Werkstatt. Ich fahre hier in eine Werkstatt. Da habe ich mir immer das Licht ausgemacht. Und das wird immer eben ein Dino-Mir. Geht bestimmt auch anderen so. So, 75 durfte mal. 60. 50. Ja. Ja, wir werden in den Gürten. 70, immer noch in den Gürten. Wenn es jetzt noch langsam wird, dann muss ich brennen. Und das sieht so aus. 35 bin ich aber schon. Okay. Immer geradeaus. Hm. Nachbremst. Oh Gott. Ops. Fisch Texas Fisch Immer geradeaus Ah Das ist Der Zusatz Auf dem Motoravion Nicht hingestellt Na Müssen wir machen Im Wie heißt Nein Unter Wichtigens hier so So hab ich's ja abmachen Schön Da ist ja Wie viele Meilen Ich eigentlich schnell da auf was In meinem Ding steht In meinem In meinem ähm Wie klippen wir doch Nee, jetzt fällst du mal hin Im Tempo warten Was immer im Tempo warten steht Ja 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 Immer geradeaus Ich sehe Oh Oh so weit so gut Immer Immer geradeaus Rechts halten Und dann rechts abbiegen Wiege nach rechts ab Stopp Wie Oder Wie Ganzen Ja Wie 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 Du Wie Ja Null Jawoll, mach ich doch. 50 einloggen und gut. Also, die Weite sieht hier schon mal schön aus. So, sie fällt mir immer. Obwohl, auch die Bergen sagen mir was. Aber, ja, ist ein bisschen anders, wie... Das sieht nun ein bisschen anders aus, wie bei Wieden. Das sind Bundesstaaten... Äh... Staaten... Bundesstaaten... Ne, Staaten, glaube ich. Ist bloß... Ja... 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 Stinh. Ja... Links halten und dann links abbiegen. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen. So, erst nix. Würde ich schon sagen, das ist jetzt aber ein bisschen spätgesagt, meine Fräulein. Oh, nee. Ich bin jetzt hier hochfahren. Belast mich. Ja, das ist gut. So. Oh. Jawohl, ja. Würde ich ihn machen. Ach, nee. Ich bliege gerade lassen. So. Du bist jetzt hier. Ach, nee. Wir liegen gerade lassen. Okay. So. Hier. Hur. Der sieht teuer aus hier und mal eine Runde hinterher fliegen, ein bisschen mehr von der Landschaft. Daneben vorne mal eine Straße, siehst du? Da fahren dann alles noch schneller wie ich. Ja, gut, ich probiere auch immer eine 16. Mai. Das ist dann ein Piepenfahrzeug. Da habe ich es gar nicht richtig gesehen. Da auf der Beifahrerspur, ob da eine kleine Straße in dem Mann. Da ist, wenn er ein Außenpolter dran hatte. Ah, die Fuhren. Oh, warte schon. Da ist ein Bildung. Ja, wir waren abführbar, glaube ich. Na gut, können wir schon sehen. Das ist ein Bildung. Das ist die nächste Linke. Das ist die zweite Linke. Das ist die letzte Linke. Alles, was ist die zweite Linke. Es wird ein paar Müge geben und Schöner. Nehmt die Ausfahrt rechts. Was ist der Aufenthalt? Da muss schon ein paar Staben, Mensch. Linie hochzug. Wiege nach links ab. Willst du mich hin? Dann danke. Dann danke. Wiege nach rechts ab. 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 Wiege nach links ab. Wiege nach links ab. Wiege nach rechts ab. Wiege nach links ab. Wir stehen aber schief. Ist ja geheißen, grün. Gut. Alles klar, macht die Unterschiede. Und ihr macht's auch gleich gut. Erstmal abgeben. Heute ist wieder Mittwoch. Erstmal Mittwoch, wenn das Video rauskommt. Dann geht's von einem Wolfsburg auf. Macht's gut, Jungs. Ladies and Gentlemen. Bis dann. Tschüss.